Ach Leute könnt ihr nicht euch entscheiden auf welcher Spur fahren wollt, was solltet ihr das? Links, rechts, links, rechts! Entschuldigung, ich bin meine ganze Zeit auf. Nicht du, was ist der Pkw hinter dir? Naja, das sind so die Habauken. Der macht auch hier grad so ein bisschen links, rechts, links, rechts. Ja der ist am Telefonieren mit Juppie, weißt du doch. Hände weg vom Telefon. Lass es laufen. Ich wollte jetzt vorgestoßen. Junge mach mir doch Platz. Alter. Hast du den originalen Verkehr eingestellt oder was? Was? Hast du den originalen Verkehr eingestellt oder was? Ja klar. Nein, wie in Deutschland meine ich. Nee. Aber kann doch nicht sein, denn der linke Spur ist frei und ich bin auf der rechten Spur. Der Pkw vor mir bremst ab. Ich will auf die Mittelspur ziehen und der blockiert den ganzen Verkehr. Oh hier bremts ordentlich. Oh, oh. Rolle rechts gucken Gaffen. Oh, der wurde sogar eingesprüht der Trailer. Ja. Oh, so haben wir dich die ganzen Pkw's überholt. Auch nicht schlecht. Ach nee. Mhm. 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 Gucken wir mal wie weit wir es noch haben. 1300. Okay, 300 haben wir schon weg. Wird sportlich. Warum seid ihr jetzt so leise? Also Sam weiß ich da so leise, aber warum bist du so leise, Mats? Ich dachte mir hat gerade jemand auf WhatsApp geschrieben. Das schreibt niemand. Ja. Entschuldigung. Ja. Muss ich dazu nicht entschuldigen, du weißt das so ist. Bist du halt ein bisschen auf Karl gebürstet oder? So ein bisschen bist du schon so auf Stichlein aus oder? Das hat damit nichts zu tun. Es ist einfach so. Ne, sei mal ehrlich. Ein bisschen Sticheln mache ich jetzt die letzten Tage schon ganz schön viel. Was gluckst du so? Auch auf Stichlein. Auch auf Stichlein. Was gluckst du denn so? Ich glücke nicht. Ne, nicht gluck. Gluckst. Ich gluckst doch nicht. Na, du stichelst. Ja, das mache ich doch. Du magst das doch. Ja, was... Sonst regst du dich auch nicht auf, wenn du einen Stich kriegst. Was machst du? Da ist ein Alka-Auto. Ja und? Wie haben wir denn über den Hänger da ist der? Ja und du drängelst dich einfach rein, oder was? Ja. Ich verschneller. Rolle, du mobst ja nicht, das wirfst nur. Haha, ist rein. Ahhhh. Weil jetzt höre ich kein Licht an, oder was? Wie lange hat er drüber über diesen Witz nachgedacht? Ne, das sagen wir auf Arbeit immer. Weil wir bei uns auf Arbeit nicht mobben dürfen, haben gesagt, okay dann zwölf runter. Ah, neun von zehn Leute haben doch eh nichts gegen Mobbing. Ja, frage ich nicht. Aber wenn die zehnte Leute... Der zehnte Leute! Wenn die zehnte Person dann halt dummerweise der Abteilungsleiterin ist, oder die stellvertretende Abteilungsleiterin, dann juckt es jetzt schon irgendwie. Ihr mobbt euren Chef. Also zwölfwort. Ist ja aber schuld. Warum sieht der auch so scheiß aus, oder was? Ja. Hast du mal nen Spiegel guckt? Tschüssi. Ja, denk. Ein Bild von dir. Ja. Ach ey, da siehst du ja endlich mal was Gutes im Spiegel, wenn du reinguckst. Ja, und ein Bild von dir. Nein. Fuck it all! Fuck it all! Ja, ja. Du bist auch. Komm so rein Matze. Hä, du bist nen Kilometer hinter mir. Was? Was? Ich seh dich nicht. Auf meinem Display jedenfalls. Was? Ich seh dich auch im Display. Ich seh dich auch im Display. Ich seh ein Sam auf dem Display, aber ich seh dich nicht. Wie da bist du denn dran mit der Kamera? Blinde oder was? Hä? In dem Fahrrad-Display kannst du da rein und raus suchen? Ja. Really? For real? Also du meinst jetzt das Navi, was du rechts hast? Ja, aber das im LKW. Ja. Da kannst du da rein suchen. Je nachdem wo du deine Taste hinlegst. Ich glaube plus minus. Bei mir ist das Bild hoch runter, aber weil ich es da hingelegt habe. Auf Numpad oder auf Dallgemeinbelegung plus minus? Pfff, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich glaube es ist plus minus. Frag den Chef hier Sam, der weiß das bestimmt. Darf ich mal anmerken, du hast ja einen Game Trailer, Matze, ne? Wie es wirkt. Ja, ja, die Faken. Nee. Boah. Sam ist rot. Ja. Sam ist rot. Ja. Und ich bin komplett schwarz hinten. Schwarz-Rot-Gold. Buh! Aber, aber rollen müssen. Was? Alter, der dicke... Boah, der dicke Ding drauf. Sau. Was? Wie bist du? Der Lkw, der hier Holz rum zerrt. Der hat einen halben Mammutbaum umgesägt. Ja, ich glaube der hat den nicht umgesägt. Doch. Genau der war das. Aber das hat er mit ner Laubsicke gemacht. Er ist wahrscheinlich einfach durch den Wald gefahren. Ist alles in den Tropf gelangen. Das war doch nicht. Ach nee, nein, ach nein. Schon wieder. Nein. Oh, Mann. Oh, Mann. Meine Arbeit. Ohne großen Aufwand. Ach, ich hasse sowas und sowas passiert. Äh, Arbeit machen und arbeiten. Ich weiß mal so. Der Hasen ist ja schon gemäht. Und das glaub ist zusammengerecht. Haha, ich habe ihre Haushaltspflicht schon erfüllt und sich damit die Freude an der Arbeit beraukt. Wie kannst du nur noch Schuft? Ich habe heute mit ner Kollegin herausgefunden, dass ich jetzt A Hölnchen bin und sie ist B Hölnchen. Okay, bitte. Wir hatten halt zusammen Pause und wir sind da so nur noch zusammen rumgelatscht. Und ähm, da kommt so ein Paket, wo wir uns das so in der Hand drüber. Wir hatten Pause und haben gesagt, ne, musst rein. Und dann guckte ich mich an und sagte, sag, wie sehen wir denn aus? Na, wie die Chefs A Hölnchen und B Hölnchen. Bitte recht zeigen. So, sie hat B Hölnchen, weil ich gesagt hab, du darfst dir ausrufen, ob ich A oder B Hölnchen bin. Und dann hat sie gesagt, dann bist du das A Hölnchen. So geil bin ich. Habt ihr wahrscheinlich an deinen Köpfchen Größen abgemessen, oder? A Hölnchen und B Hölnchen. Kapitzer. Warum? Hast du keine schöne A? So ist doch noch schöne C. Bei dir. Doppel X. Und das wünschst du dir? Nicht. Ne. Dein armer Rücken. Schön. Ich finde auch. Wie hab ich mich da rum unterhalten? Weiß nicht. War ein Mädchen. Toll. Keine Ahnung. Ne, mit so einem Typen. Ich muss sagen, ich finde Mädchen, die das operativ an sich haben machen lassen. Also jetzt penetrant operativ. Wo man sieht so geil die... Also wenn... Weißt du? Ich... Eher klar ist immer so. Wenn ich eine Freundin habe, oder hätte. Ja. Die gemachte Brüste hat, wie eine a la Katja. Weißt du? Mhm. Und wir uns jetzt seit mehreren Wochen das erste Mal sehen und uns in die Arme fallen. Und in den Hals fallen. Döt. Mein Gedanke ist das immer noch Trampolin-Effekt. Weißt du? Toll. Schatz. Weg. Findest du... Mich findest du zwölf Straßen weiter. Oder sie haut's weg. Je nachdem. Tolle. Ja Sam, so seh ich das auch. Du siehst mich doch. Ich bin weg. Oder auch... Ich find das halt auch... Ich find da kannst du auch nicht mit... Äh... Ne. Das ist einfach ein natürlicher Abwehrmechanismus von ihr. Du sollst lieber wie alle anderen brechen. Ist mir lieber. Ja. So jetzt regnet es wieder schön. Ja. Und doch schön, wenn wir das gleiche wieder haben. Ja. Aber so wie das gerade aussieht, ist es nicht schön. Warum? Ach, nur so. Ich mag Regen. Also dunklen Regen schon, wenn ich schlafe. Das sieht noch nach einem angeregenen Regner aus. Das ist nicht so ein Klitschnass-Regen. Wobei ich Klitschnass-Regen auch geil finde. Und ich hoffe... So Glück es klingt. Ich hoffe, wenn ich... Ich hoffe, wenn ich... beim Greener-Konzert bin. Wenn das alles durchgeht. Das ist da... Shift. Wie blöder. Damit du ganz froh kannst. Nein. Erstens sehen die Jungs mega cute aus. In Sena Sahara. Was? Fan-Girl. Ah! Sie sind so süß! Scheiß auf die Musik! Sie sind so süß! Juhu! Falscher Fan. Also... Ne, aber... Ähm... Es sieht halt voll geil aus. Also wenn ich das gesehen habe. Es gibt das... Ein Musikvideo. Ein Musikvideo. Ein... Ein... Ein Komplash-Video. Von der... Hella Megatour. Mit dem neuen Polyana. Mit dem neuen Lied. Und... Das sieht so geil aus. Ich schwöre jetzt. Ja. Es sieht so gut aus. Mhm. Und wenn es dann richtig schifft. Oh mein Gott. Wo hast du denn was? Oh. Oh. I'm a small like a pretty queen from the middle seat. Hm, hm, hm. Oh mein. Hängt ja schon gut an. Ja. Ich kann jetzt... On the floor. In the round. Ah. She said, I am one. wir haben einen unfall gebaut gerade mitten auf der strecke wir sehen nur ein warnblinker angehen obwohl man gesehen hat von weiten dass ein unfall ist im ersten auto man sieht das doch dass da was ist ich dann doch mit warnblinker da das war ein bus ja und er zieht raus und da keinen unfall zu riskieren ist vollkommen okay und hat geblinkt nein das war ich war ganz links ich bin ein auto getötzt ja weil das rausgezogen ja war ja nicht auf das oder nehmen direkt vorbei fährt weil man dann wenn möglich eine spur abstand das einfach zu sich zur sicherheit musst du nicht aber ist nicht so was ja typisch deutsche weiche jetzt ist von dir selbst heute bin ich bevor ich mit der kollegin in der pause ist los drohen und der anfang ruf doch gar noch mal ist das doch egal der senkel ist wieder angefangen da kämpfe ich gerade wirklich mit mir selber musst du ja wissen ob du das willst nichts mit wollen zu tun doch du mit wollen es ist manchmal also aktuell ist es halt wirklich ab und zu richtig hart einfach wovon redest du jetzt nicht zu rauchen ach so weil du bist so kurz davor zu sagen oh mensch ich kriege ohne kippe das problem habe ich nicht ja das ist ja auch richtig und das hatte ich halt ein jahr nicht weil ich ein jahr mit nicht traurern im endeffekt gearbeitet habe ist doch gut eine ausnahme gab es jetzt ist halt so es rauchen so viele und du denkst dir gerade frühs wenn du so mega müde bist du bist darin muss ich kann das dann immer frühs eine raucht hast ich fahre hier ein npc nach ich voll idiot dachte das ist ein herz habe ich gerade gewundert warum der abbiegt hier ja das ist ein zuckerball drüber ich so her hat das macht jetzt mal ein trailer ja kann sein keine ahnung ich warst du fährst du da und will der jetzt abbiegen wir müssen bestimmt tanken oder sowas da hätte es dann doch was gesagt irgendwie mal mitgeteilt oder keine ahnung und dann scheiße da ist auch nicht leicht verrückt also ich bin ein stückchen hinter euch langsam mal machen alles gut mit meiner nächsten tankstelle sehen wir uns ja hier ist das tankstelle von wo ihr ranfahrt meine ich so weit bin ich ja nicht weg wann ist morgen deine nacht vorbei? was? wann ist morgen deine nacht vorbei? dann wenn ich aufstehe weiß noch nicht mal wann ich nach hause gehe was blinkert hier denn alles blau? gegen spurenfall keine ahnung wann ich heute nach hause komme beziehungs also wahrscheinlich ja morgen wann ich dann ins bett gehe keine ahnung deswegen bin ich nachher auf alle fälle in eile wenn es dann am ende geht aber das hättest du uns doch mitteilen können dann hätten wir das doch heute ausfallen lassen können ich hatte ja auch erwartet dass ein paar mehr leute da sind das war ja wirklich eine relativ spontane idee wenn du möchtest also alles gut alles gut ich wollte sagen wir können ja die fahrt abgeben und dann aufhören ja die fahrt abgeben mhm die fahrt geht noch ein paar kilometer Sam hat ja die längste genommen die er finden konnte nicht mitgedacht zumindest eine etwas kleinere Ton und sich auch zum ziel hineinzuarbeiten egal wird schon wie gesagt 22 uhr hatte ich mir hier gesetzt und zumindest sehe ich euch noch offen ab das ist immerhin was ja jetzt bräuchte man das bett vor da würde man sehen wie lange wir noch brauchen bis zum ziel wir haben 900 nur noch also wir haben 700 schon weg und wir haben es 1955 steht also gut läuft zumindest ganz fluffig aktuell wie freust du dich denn morgen wieder auf French macht so ich verstehe mein lieber ich verstehe ich würde sagen ich muss nach Ort auch weg haben das ist ja gelogen komm mit oh mit dabei einmal frei scheiß auf zwei stunden fahrt who cares dann wird zwar vielleicht keiner mehr da sein aber egal ich finde dich hast du mir doch mal deinen Standort geschickt ja aber der ist schon lange abgelaufen ach mensch du alter sonne mond und sterne oder was hier los wo bei uns oh da ploppt einfach eine polizei auf vor mir das hat gerumst hui heißes polizei-autos waren verraten nächste woche wieder überstunden erstmal bis mittwoch voraussichtlich 62 kommst du auch mal dazu die abzubummeln im winter oder werden die ausgezahlt ne ne im winter bummel ich die ab weil im winter ist die saison und der bedarf nicht so hoch erstens und zweitens ok also im sommer wirst du wirst du verheilt und im winter wo du nichts machen kannst da naja für mich ist das so ich hab jetzt mal anderthalb woche als beispiel jetzt ja dann frei wo ich nicht auf arbeit fahren muss und hab halt keine Spritkosten dadurch weil du anderthalb stunden äh weil du anderthalb wochen rausgeholt hast du was ja und jeden tag nur eine stunde ist halt auch wieder gut aber eine bis anderthalb stunden täglich mehr in den letzten Jahren zwar auch übelst an einem aber dafür dann zwei wochen halt Sprit sparen die du halt trotzdem voll bezahlt bekommst das ist ja nicht so dass du die äh das geld dafür kriegst sondern dass du dafür nicht arbeiten musst ja ist ok wie gesagt wenn es da so für dich passt und du das gut finden sonst geht ja was soll ich ne was soll ich ne äh im winter wenn ich nicht verhofft dann verliegen wir ja schon wieder was blau ja ne aber äh ne aber äh wenn ich im winter da nicht gerade auch weil bei uns hier jetzt nicht so wo der äh winterdienst immer aktuell ist also es kann jetzt auch schon sein dass wir da richtig scheißwetter ist das dann ordentlich schneit wenn die ganzen Straßen zu sind und äh wenn ich auf Arbeit fahre muss ich so einen geilen Berg hoch mega eng da kann nur eine ein Fahrzeug kommt da vorbei mehr nicht also da kann nur ein Fahrzeug jeweils hoch und runter fahren und wenn es dann schneit wenn es dann schneit dann gesundes neues Jahr hast du ein schlechtes Auto ja ich bin äh wo ich da angefangen habe hat es ja auch mega geschneit da war die Straße so zu aber ich bin da hochgekommen aber trotzdem mhm hast du wenn die andere Autos ein Auto da hast du es ja nicht so geil hast du die Straße frei geschnüpft weil du dachtest weiß Pulver passt schon mein Gedanke Puderzucker genau sag mal warum hat heute eigentlich keiner im Dream Team geantwortet also ich hatte noch keine Zeit das Video zu gucken ich bin wirklich vorne außen vom Friseur direkt rüber nein in der Früh ich habe euch alle eine Frage ach dieser was soll ich denn da aufschreiben dir auch ich fand es lustig Entschuldigung ja hat er 13 uuh toll ey hier ist das nächste Blaulicht ich habe vielleicht der Regler ist ein bisschen zu hoch gestellt ey das ist ja hier wie auf Drehbordbahn der Blaulicht ne da ist normalerweise rot ich habe einen Sam von mir das passt an Warnblinker hier steht es hier geht nichts weiter stopp ach hier gab es einen Unfall wenn du weiter am Stau stehen bleibst dann müsst du den Tempomat richtig anmachen Matze nicht nur einfach nur so hoffen dass es passt so jetzt geht es weiter ja ey liegt das vorgestern weil ich die Rolles noch unten habe was ja ich habe äh vorgestern ja vorgestern die Rolles zum Stream Runde gemacht wegen äh Queenscreen ja ja also natürliches Licht raus künstliches Licht rein meine Lebenseinstellung ja und äh dann habe ich aber erst dann nicht mehr hochgemacht weil ich mir dachte so so ganz schön ganz schön ja und was sagst du jetzt woran liegt das jetzt äh was liegt denn daran streamen du streamst aber grad gar nicht ey dass ich müde bin ach dass du müde dreht deutlich ach dreht deutlich mit SCH weißt du dann falle her ja aber doppelt ist ja drehtlich 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 ja ja so ist das so 8 Uhr sind es noch Rolle ja wenn du jetzt hier die ganze Zeit hier auf den Taro guckst wie weit es noch ist ja bis die Tour zu Ende wo darf man doch mal haben wir sonst immer so direkt gesehen ist schon wieder ein Unfall was ist daran denn schlimm haben wir sonst auch immer gemacht nein nur ja wie gesagt wir können auch gerne aufhören ich ziehe das jetzt erstmal hier die Tour durch ich bin mal ganz entspannt ich habe gesagt ich mach das und dann mach ich das ich guck schon um wie ich was mache samsen er geht auf den Tunnel auf der anderen Seite raus was geht auf uns aus sagen sollte es dann geht sein er wenn er von sam 86 unterstrich ger achso also wahrscheinlich zu breit erklärt geiles einheitliches Ründchen jetzt habe ich es das ist das nicht aber eher gaming elitär Rolle manchmal würde ich mich wirklich gern aufhängen ja du bist doch du bist halt Peter so mach doch mach doch traust dich eh nein 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 ganz ehrlich wenn ich meine Rolle oder so wenn wir beide mal am Urlaub sind Eih ich brauche eine Delfin Therapie ja eine Delfin ey Hey, sieh zu, dass ich Atome streicheln kann. Was? Das habe ich letztens zu einer Kollegin gesagt, so. Wenn du mir weiter auf die Sache gehst, also auf den Sack gehst, ist eine andere Sache. Wenn du mir weiter auf den Sack gehst, sieh zu, dass ich Atome streicheln darf. Ja, ich muss das Trimblein, geht nicht anders. Ach, ja. Ey, du kommst doch um 10 Uhr nicht mehr auf den Stuhl hoch, du bist ein geradet. Doch, doch. Ich muss ja dann erstmal in die Dusche springen. Aber die Überlegung ist nicht ganz so verkehrt. Was, zu duschen? Nein. Was? Nach der Tour. Ja, nach der Tour ist 10. Das glaube ich noch nicht. Wir sind 19 Uhr jetzt ungefähr losgefahren. Wir haben jetzt eine Stunde für die Hälfte des Streis gebraucht. Das wird um 9 Uhr sein. Dann hör mal auf, komm jetzt. Oh, shit. Da blinkt schon, wie das Blau ist. Oh, lange nicht gesehen. Ich kriege am Montag jemanden zum Anlernen. Was kriegst du? Ich kriege am Montag jemanden zum Anlernen. Hat am Dienstag, glaube ich, auch jemanden zum Anlernen. Ist ganz cool. Habe ich erst in drei Wochen neuen Azubi. Heute hat sich eine neben mich gesetzt. Die hat einen Motorhauten vergabt und hat jetzt vier Monate oder so, fiel die aus. Der Sius hat auch, hat sich das bei mir mal angeguckt. Und da, wo mal zwei Minuten Ruhe war, weil ich früß nicht so viel an ist, warst du dich stechen lassen? Ich so, naja, in der Regel auf beiden Arme erstmal. Nein, wo? Ich so, Scheiß. Ist mir aufgefallen, die Linien sind doch sau gerade. So, okay. Kriegst du noch Lukas, kommt nicht dazu. Alles klar, Lukas, ist kein Problem. Ist doch nicht dramatisch. Ihr seid ja nicht dazu gezogen, hier bis zu fahren. Lass gerade jemand diesbaut. Kriege ich ein Laibbrot? Warum? Sagst du ein Laibbrot, wenn du beim Backup bist? Gehst du überhaupt zum Backup oder gehst du einfach in den Lied? Ich lasse mir liefen. Nein, dann sage ich, ich hätte gern X-Brot, also das Brot, dieses Brot, jenes Brot. Aber nicht live. Du gehst aber zum Backup rein, du gehst nicht irgendwie an die Theke vom Lidl oder so. Je nachdem. Mal so, mal so. Wenn ich zu viel Geld habe, gehe ich zum Backup. Wenn ich zu viel Geld habe. Ich meine, ich kann das auch bei anderen Discountern holen. Das ist ja so gleiche Brot. Weckle mit mal an, anders. Leute, was bremst ihr denn hier schon wieder? Ich würde eigentlich liebend gern mal wieder zu einem richtigen Bäcker gehen. Geh doch. Das war jetzt auch nicht gemeint, dass du das reagieren, sondern reißt dich zusammen, also. Warum hast du das so? Na, weil du wieder rumswifferst. Was habe ich denn gesagt? Ich habe auch gesagt, geh doch zum Bäcker, wenn du zum Bäcker möchtest. Du swifferst heute mega. Was ist da los? Alles cool. Ich bin doch cool. Ja, das geht die ganze Woche schon so. Ach, Quatsch. Nein. Da siehst du einfach nur, wie gut es mir geht. Ja, ja. Freust du dich nicht, dass es mir gut geht? Beste Beispiel. Pipi. Ja, Jungs, ich weiß nicht, wie lange. Okay, tschüss, Beck. Ist ja nicht schlimm, meinst du? Das war eine Ausnahme. Das war ja so nicht geplant. Das war ja wirklich ungeplant. Ja, ist ja alles okay, aber. Außerdem das mit Tschüss, Beck, das kennst du ja wohl am besten. Ich habe kein paar Klappe auf der Spiel. Ciao, Beck. Ja, gut. Also, sei mal ganz still, mein Lieber. Wir haben nur andere Gründe vorgeschoben. Ihm geht es zu gut. Ach, ich verstehe, Kim. Hallöchen. Hallo, Kim, auch von mir. Ja, es tut mir leid, dass es mir zu gut geht. Wie verkehrt das Lachen nachher schon noch? Das ist so cool. Finde ich aber super. Was? Dem geht es zu gut. Ja, ja. Jo, oder meintest du mich? Wahrscheinlich meinst du mich? Ja. Vermute ich mal stark. Glaube ich auch, ich schieße dir morgen wieder in den Kopf. Das ist so geil. Das Michael Jackson im Itat im Schweinestall. Das ist so geil. Aber das muss ich erst mal klippen. Wieder alle seine Michael Performance beim E-Board drückt. Einmal frei. Moosewalks auf die Schweinescheiße. Das war ein Thriller, ich sag's dir. E-Paul. accurate. Ich sowas für durch die Schweinesche Diesel. ส